Das mache ich ja schon. Immer dann, wenn ich merke, es wird super kritisch. Meistens bin ich dann gestorben, wenn der Golem mir eingeschenkt hat, mir so 2.000 bis 3.000 ausgezogen hat und ich dann irgendwie nochmal durch eine Fläche getroffen worden bin, dann reicht das ja. Mit 4.700 HP reißt sich ja nicht viel. Ich könnte natürlich jetzt mir, was ich, eine Guardian-Rüstung anziehen oder so. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach nur einmal und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwas anderes machen. Ja. Oder? Ja. So, Power Word Band ist bei 97%. Ja, nicht mehr lange, dann kann Power Word Band auch loslegen. Genau, ich warte auf dich. Ich warte. Ähm, ich mache gleich am Anfang einen Buff, dass wir stärker sind und dann haust du alles raus, was du hast, ja? Ja. Okay. Haha. Und gleich direkt eingeschränkt bekommen, weil ich unbedingt den Reaction-Skill mitnehmen wollte. Das heißt, ich gehe jetzt auch down. Ich gehe down. Nein, du gehst nicht down. Warte. Aber das sind die besten Starts. Ich versuche jetzt noch früher, sobald ich in irgendeiner Fläche stehe, ich gehe sofort raus. Vom Movement her, ich bin ja schon die ganze Zeit auch im Bewegen. Ich hoffe, das passt dann eher. Weil ich bin meistens an den AOE-Flächen gestorben. Ich kann nicht immer sagen, dass ich jetzt draußen war, aber... Ich muss ja immer ohnehin mal sicher gehen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, aber... Hauptsache überlebens. Äh, Golem hängt mir Marsch. Heilung... Ja, ich habe... Habe ich dir keine Ahnung gegeben? Na, ich habe 1900... Jetzt. Danke. Okay, jetzt muss ich kurz aufpassen. Ich bewege mich jetzt erstmal weg. Ja. So, was war denn dort drauf? Okay. Okay, jetzt bin ich da wieder down. Wo kommt. Wow. Okay. Ich bewege mich erstmal nochmal weg. Jetzt pass. Kann ich gerade selber heilen? Moment. Ja, genau. Gehen wir da einfach auf Abstand ein bisschen, dann können wir uns ein bisschen auseinanderziehen. Gerade wegen Golem auch. Okay, jetzt ist der Böse. Na, ich merke es gerade. Nein, 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 nein. Okay. Er ist auf dem niedrigsten Wert bisher. Ja. Aber ich... Nata, ich muss kurz mich von Golem erwehren. 25.000 noch. 22.000 noch. 19.000 noch. 19.000 noch. 17.000. Oh. 14.000 halt durch. Ja, ich versuch's. Der Golem macht auch mal jetzt gerade. Komm mal, ich kloppe. 10.000 noch. 8.000. 7.000. 6.000, 6.000, 6.000. 3.000. Ja, ja, warte. Er liegt. Wow. Alter. Ich hab ein Pulsmesser. Ich glaub, mein Puls war irgendwo fernab von Gut und Böse. Sag mal von mir, du. Ich hatte immer auf... auf'm Kritz ge... Alter Schwede, ey. March. Hörst du das, Assi? Nee, Mage. Wir bieten beide drauf, ne? Ja, Mage. Alter Schwede, ey. Das ist wirklich Assi. Du bist ja auch Assi. Nein, Asser. Ich muss das mal einen Schluck nehmen. Vor allem, ich bin mir nicht sicher, aber das war jetzt gerade bei dem... war es ja gerade, wo es... ... gleich zu Beginn schlecht lief. Alter, ey. Okay. Die Sache, Imba Parler. Auf jeden Fall. Gleichzeitig tanken, Schaden machen und heilen. Ja. Ja. Ja, das war jetzt echt eng. Also... Und dann noch beim letzten Versuch. Ja, gut. Jetzt wird's lustig mit dem Event, mit dem ganzen Trash-Mob. Das heißt, ich packe da jetzt kurz meinen Ambush rein. Das ist der einzige, in Anführungszeichen, AOE. Ey, Shosuke. Meinst? Ja. Ja. Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich noch, aber du bist irgendwie rausgeflogen. Kann das sein? Disconnect? Server Connection lost. Ja. Okay. Ja, ich warte. Ich seh dich immer noch in einem Gruppendings. Ich versuche, schreib deine Streamzeiten sind nicht so schön. Ja, das stimmt. Aber ich versuche, wann immer ich kann, es früher dann auch zu starten. Und heute war es auch um 10 nach 10. Das letzte Mal war es auch um 10. Muss man abends mal gucken, aber ich kann es nicht früher. Also 22.30 Uhr ist halt so die Zeit, die ich quasi garantieren kann. Ist mir lieber, dass ich dann 22.30 Uhr eingebe, als wenn ich sage 10 und kann dann in der Hälfte der Fälle nicht um 10 und muss dann nach hinten schieben. Aber schön, dass du trotzdem da bist. So, ich marte jetzt einmal auf den Flow. Der wurde leider disconnected. Währenddessen... Ja, das habe ich leider geöffnet. Ja, das ist kein Problem. Ich hoffe mal, wenn das nach uns kommt, das Spiel, dass wir nicht diesen komischen Online-Patcher kriegen. Das dauert ja ewig, wenn man rausfliegt, landet man nicht auf den Server-Auswahlliste oder so, sondern direkt eben aus dem Spiel raus. Ja. Man muss alles wieder von vorne starten und... Naja. Aber ich denke, du hast eine Grace Period. Also ich sehe dich noch in meiner Gruppe hier drin, deswegen denke ich, dass du auch hier drin landen wirst. Hallo Knorze. Willkommen. Ja, der erste Boss, den haben wir dann doch trotz vieler Widrigkeiten dann jetzt noch geschafft. Was war das? Wie viele Versuche waren das? 7, 8, 9? Keine Ahnung. Ne, so viel waren das doch gar nicht. Ja, weniger. 5? Ich weiß nicht. Vielleicht hat jemand da draußen mitgezählt. Boko kann gut zählen, habe ich gehört. Atro 4 meint, na gut, so oft hast du ja keine Disconnection EU. Ja, ich denke auch nicht. Also ich denke auch, dass der Patcher... Ich denke schon, dass sie den Patcher weiterhin verwenden. Keine Ahnung, ob sie es wirklich tun. Aber selbst wenn, dann glaube ich nicht, dass das dann so langsam ist. Ich hoffe es nicht. Ich verstehe es wie gesagt nicht. Bei manchen Spielen ist das ja so, man landet dann einfach auf der Charakterwahlliste oder Serverwahlliste und hier fliegt man komplett aus dem Spielhahn raus, ne? Ja, es kommt drauf an. Also ich kenne auch MMORPGs, wo du auch komplett rausfliehst, also... Okay. Mh... Mh... Also... Ja... Das Böse ist halt, dass es halt einfach eine Weile dauert. Bist du schon wieder drin? Ne, ne, ich... Ähm... Patcher ist jetzt durch. Er muss ja wieder die ganzen japanischen... Dings da rein kloppen, ne? Ja. Er ist auch so nice, dass man... Jetzt kommt ja... Mh... Diese Xinko, der es... Oder wie es da heißt. Naja... Naja... Wir spielen beide mit Mattfisch. Shuzuke. Oder? Du spielst auch mit Mattfisch, Flo, oder? Ne, ne, ich nicht. Ah... Okay. Er spielt mit Soft Ether. Ich glaube Soft Ether. Genau. Das war jetzt aber echt spannend. Ich bin froh, dass ich das Ganze noch zusätzlich aufgezeichnet habe. Wobei, es ist ja eh archiviert in Twitch, aber... Das will ich mir auf jeden Fall hier nochmal in Ruhe angucken. Das war schon sehr eng. Ist doch die Frage, ob jetzt... Ich komme sie noch an. Ja. Wie es jetzt bei den ganzen Ads aussieht. Also bei diesem großen Trash-Mob. Und ich muss aufpassen. Ich werde bestimmt noch durch eine Falle sterben. Merkt euch meine Worte. Shuzuke schreibt, Fehler gefunden. Ich habe aber früher auch Soft Ether gespielt. Viel. Und ich habe ganz selten Disconnects gehabt. Hage schreibt, ist das normal, dass die Assa später immer weniger Kleidung bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Assa jetzt das erste Mal bis Level 33 gespielt. Und es ist das erste Mal, dass ich auch eine knappe... Ein knappes Outfit habe. Also davor war sie die ganze Zeit vollkommen bedeckt. Für mich wirkt es eigentlich so, als ob das... Ähm... So wie es auch hier im Skin ist. Eigentlich das Skin ist für Männer. Deswegen trägt sie auch ihren BH. Das trägt sie auch generell. Unterwäsche. Natürlich. Äh... Wenn man sie auszieht. Was ich tun musste, um sie... Um ihre Rüstung zu stärken. Und ähm... Ich weiß nicht, wie es später aussieht. Werden wir sehen. So, da Flow ist wieder in der Haus. Oh Mist. Warte. Ich kann gerade nicht weilen. Meine Maus hat sich gerade verabschiedet. Aber ich finde ja gut. Oh. Der resistance arme Leader haut mir auf die Glocken. Ja. Ah. Ich habe auch ganz vergessen, dass ich einen Paller dabei habe. Ja, aber es wird trotzdem hart werden. Ja. Ich werde umfeilen. Gleich wieder auf Heiler. Ja, ich werde um. Nein, wirst du nicht. Verstehen. Wenn du wegläuft, kann ich nicht mehr. Ich muss ihn mal kurz selber töten. Ja, von der Range. Atrophia. Ja, ja. Ausziehen, um ihre Rüstung zu stärken. Das ist echt so. Das ist echt so, Atrophia. Wenn man die Rüstung an hat und bei mindern Stärken, dann ist da so ein Schloss-Symbol dran. Und man kann nicht mal die Rüstung einfach von dort aus hinziehen. Und ich muss sie tatsächlich ausziehen. Ich muss kurz aus dem Kampf. Und jedes Mal vergesse ich irgendetwas und dann renne ich nochmal zum Auktionshaus halbnackt. Dann denke ich mir, hm, nicht dass mich jetzt irgendein Japaner meldet, weil er sich irgendwie sexuell von mir bedroht fühlt. Woko schreit Hentai. Ja, Woko, da wolltest du mir ja noch ein paar Tipps geben zu deinem Lieblings-Hentai. Ähm, ich würde sagen, ich gebe mir auf Heilung. Ja. Fände ich schön. Ich packe mal die Sukobus weg. Moment, so, ich muss schnell umskillen. Boku no Pico bist du. Danke Kehler für den Track, das kann ich nur Kehler gewiss sein. Ja. Ja, das ist gut, den können wir ja erstmal schön einzeln holen. Das ist sehr praktisch bei ihm. Das ist sehr praktisch bei ihm. Ja super, steht genau in der Giftwolke der Archer. Ja ich merke es gerade aber. Mach den schon kaputt hier, versuch es zumindest. Vielen Dank. Ah ist das gemütlich, wenn du mich so heilst. Es wird lustig jetzt. Ja. Ich stehe aber auch absichtlich in den Dinger her. Warte, 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 da kommt da hinten der Dicke. Äh. Das Problem ist der Archer, der Archer mich im... Ne, du kannst... Achso. Ja egal, mach den Dings, ich denk den schon irgendwie hier. Warte mal, ich muss dich mal... Oh, oh, warte. Ich muss dich heilen. Lauf um die Ecke. Ah, dood. Ja, das ist gerade doof, wenn ich... Warte mal. Gleichzeitig hier... Heilen muss und... Ähm... Ich habe mir vor, dass ich goldene machen kann, aber es dauert noch ein bisschen. Ich retz dich gleich, wenn ich denn hier ein bisschen... Naja. ...bearbeitet haben. Wo bist du denn überhaupt? Ich lieg hier genau. Da vorne liegst du. Genau. Ich retz dich jetzt gleich. Du könntest dich vielleicht mal um den anderen kümmern, der auf mich einschießt. Ne, das Problem ist, dass du in der Giftwolke, wenn du... Wir müssen zumindest ein Stück wegziehen. Ah, jetzt ist er. Deswegen bin ich vorhin auch gestorben. Weil der Gift dort schon ziemlich schnell tickt und viel Schaden macht. Ich muss ja kurz meine... Ich würde sagen, ich... ...Haltbarkeit reparieren. Ja? Ich muss reparieren. Ach so. Also allzu oft darf man nicht sterben. Also ich nicht. Ne. Äh... Ich versuch's. Aber ich glaube, wenn ich die Agro habe, ist das besser für dich, als wenn du die Agro hast. Ja. Ja. Ja, das hier wird's lustig. Was wir in der letzten Mal gemacht hatten, wir mussten nicht hoch. Also sie sind alle immer runter gekommen. Wir haben sie dann immer hier unten platt gemacht, statt durch die Giftwolken zu laufen. Mhm. Können wir auch machen. Versuchen wir mal, oder? Ja. Hey Risa! Willkommen! Der Commander ist da. Jetzt hast du leider den ersten Bosskampf verpasst, den wir nach einigen Anläufen dann noch ganz, ganz knapp geschafft haben. Je nachdem, wie es weiterläuft, war es zumindest ein Erfolg in dem Dungeon hier. Aber ich bin jetzt erstmal positiver Ding und hoffe, dass wir da noch ein Stückchen weiterkommen. Aber der Boss, der erste Boss war ja schon eine Hürde, wo ich dachte, okay, das wird sehr, sehr heftig werden. Oh, da kommen auch viele. Ja, da kommen viele, da kommen sehr viele. Ja, eine nach dem anderen halt. Aber die machen überhaupt keinen Schaden bei mir, solange die nicht auf dieses Ding da rumkloppen, ist egal. Ja. Können Sie mich heilen? Ja, danke. Hey Blame. Schön, dass du da bist. Du siehst, sind wir schon mitten in Action. Könntest du bitte mal die drei von mir runtermelden? Aua. Ja, wir kriegen die nicht schnell genug down, ich habe einfach nicht genügend AOE-Möglichkeiten. Wenn man so lange überlebt, ist gut. Dann mache ich mir keine Sorgen. Ich versuche es, aber da schießen 50.000 auf mich. Wir können es ja so machen, ich melde es immer, wenn ich kein... Aua. Oh ja, nee. Ja, es wird es heftig. Ich finde es eigentlich ganz angenehm so. Ja, ich auch, mit 1.000 Pfeilen im Körper. In der Masse baden einfach. Aua in Boko war hier gewesen, so viele Pfeile, wie ich im Körper hatte. Hattest du sie im Arsch oder wo hatte sie sie? Dann kannst du erkennen, ob es Boko war oder nicht. Ja, überall. Ich möchte nicht sagen, wo ich die hatte. Ist das jetzt voll... Sind wir es zu Ende? Hä? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Nee. Kommt doch nichts mehr. Der Sperma leuchtet. Sorry, aber da steht er drauf. Das passiert, glaube ich, wenn man Kontrastmittel trinkt. Ist gefällt, freut sich der Woko. Sack. Du sollst es unterstützen. Du sollst es mit Pompons und Cheerleader-Räder schlagen. Und unterstützen. Anfeuern. Okay. Wenn man mehr AE hätte, ne? Ja. Ja, aber das ist es halt, ja. Und selbst den, den ich habe, der macht jetzt nicht so massiv viel Schaden, als dass das wirklich von großer Relevanz wäre. Ich versuche mal gerade darauf zu achten, ob der Ranger schießt, da schießen die Ranger, glaube ich, drauf. Ja, da schießt er, glaube ich, drauf. Ja, jetzt stehe ich genau in der Gifffolge. Ja, jetzt haben alle auch hier. Ja. Ja, so lange du gegenheilen kannst, passt das. Ja, hallo, auf mir auch, ich bin jetzt gleich down. Guck mich mal an, was soll ich denn sagen? Warte mal, ich kriege Heilung. Ja. Ich versuche noch irgendwie, umzunieten, was geht. Die sind jetzt alle dran, die sind alle dran, die hauen auf das Ding ein. Kannst du sie irgendwie wegpullen? Ja, das war's. Ich bin tot. Zu geil. Na, das, 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 also wir brauchen AE, das sieht man hier. Ja, ja, klar, das, das ist auf jeden Fall, das schaffen wir so nicht. Aber war ja schon mal cool, dass wir den ersten Boss erledigt haben. Auf einmal war es sehr spannend. Das hat schon mal Spaß gemacht. Ja, äh, sollen wir in die Stadt fliegen und ein bisschen irgendwie einkaufen, shoppen oder was wirst du machen? Ja, egal, was du, was du möchtest. Was man noch machen kann, zu zweit irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt... Ich muss auf jeden Fall erstmal reparieren. Oh, ich ist stuck? Nein. Aber macht nichts, ich wollte eh irgendwie weg. Jetzt kommt gleich die Meldung, dass ich stuck bin. Ja. Shuzuke meint, die hauen wir später im PVP um. Ja. So, nee, deshalb, das ist die Sache bei mir, warum ich unbedingt den Parler nehmen will. Ich meine, der Mystiker wird wahrscheinlich genauso gut heilen können, denke ich, auf jeden Fall. Oder vielleicht besser buffen können und Sonstiges. Aber so, was ich da gerade gemacht habe, das kann so ein Mystiker leider nicht, denke ich mal. Dafür hat er andere Vorzüge. Also, ich denke mal, dass dieses Grundlegen, verschiedene heilen oder auch tanken... Ich denke mal, ich denke mal, das ist schon sehr wichtig. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also, ich denke mal, wenn ich das glaube, dass diese Gericht Ellie noch nicht weiß, ist es genau wie wichtig.